Yo, 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 check the flow, check the flow. Was geht? Wir sind wieder am Start bei Let's Play FIFA 18 Karriere mit Hansa Ostok. Und wir spielen heute gegen Eintracht Braunschweig. Jawohl, das machen wir. Ich möchte vorher mal gucken. Wir hatten doch kürzlich unter der Zielvorgabe. Ja gut, das ist ja das Problem, was wir hier haben. Vereinswert 12,64 Millionen, Prognose 13,23. Wo sind wir denn genau unter den Erwartungen? Was war denn nochmal die Nummer? Markenpräsenz. Ah gut. Das heißt, ich hätte Spieler verkaufen sollen, aber ich kann doch keine Spieler verkaufen, wenn wir gerade mitten im Aufstiegskampf sind, Junge. Das geht doch nicht. Na du, hat sich vor den letzten drei Wochen ausfallen. Ach ja, das war die Nummer. Gut gespielt, deshalb bin ich beruhigt, dass ich jetzt halt nur für die Ersatz bin. Ich möchte in die Startaufstellung. Okay. Eigentlich bin ich kein Fan davon, mir von den Spielern irgendwas auftischen zu lassen, aber... Owusu hat sowieso nicht so stark gespielt in der letzten Zeit. Und deshalb kommen wir dem einfach mal nach. Und lassen einfach mal... ...Bischof von Anfang an spielen. Ist ja auch ein Veteran, ne? Das ist ja ein alter Kerl. Ein alter Haudegen. Ein Halodri. Ähm... Und deshalb lassen wir ihn einfach mal spielen. So. Oh, es schneit. Ja, nice. Heiner, schnittig ist der Schiedsrichter. Hansa Röster gegen Braunschweig. Wie gesagt, ist die Partie. Äh, wir sind Freiburg immer noch hart auf den Fersen. Ja, und äh... Schauen einfach mal. Vielleicht können wir... Vielleicht schaffen wir es ja heute. Und können Freiburg tatsächlich überholen. Wir spielen tatsächlich noch gegen Freiburg. Ja, also... Warte, ich muss mal wieder in die Zone zurück. Das hat die Baren früher auch immer gesagt, ne? Ich muss in die Zone zurück. Und jetzt ein schöner Pest hier nach da unten. Schön. Und dann... Ab, bitte. Wie schön das war. So kann's gehen. Ganz einfach. Zack, zack, zack. Und drin ist er. Aber manchmal ist das im Training einfacher, als auf dem Spielfeld. So. Let's go. Gegen die Eintracht aus Braunschweig. Waren wir in der ersten Liga. Sind abgestiegen. Haben sich aber, glaube ich, soweit ganz gut gefestigt, oder? In der zweiten Liga. Oh, ich glaube, die haben Bock. Schöner Zweikampf von Bischof. Holt sich das Ding. Wunderbar. Fair. Schöner Doppelpass. Schön vorbeigegangen. Wunderbar. Fair. Adaice. Und ab. Ab. Tor. Tor. Alter. Der Ab, Junge. Aber schöne Vorarbeit hier von Fair. Und da. Ja, Adaice. Alter, zum Glück ist er nicht wieder einen Schritt vorgegangen. Hätte ich irgendwo hingeschissen. Was? Lüder nicht. Lüder nicht. Okay. Ja, nice. Früh ist 1.0. Fünfte Minute. Vierte Minute. Fünfte Minute. Vierte Minute. Sehr schön. Schöner Dinger auf Holthaus. Aber da geht keiner mit. Freunde, was los? Müsst schon mitkommen. Ab. Ab. Was ist mit dem Jungen los? Ab, Alter. Das ist der Boy. Vierte Minute. Siebte Minute. Und jetzt komm. Machen wir den Headtrick voll. Oder wat? Ui. Schön Headtrick. Dem hat er Training gut getan. Hupala, hab ich gerade gegen das Mikrofon gekommen. Entschuldigung. Dem hat er es gut getan hier mit dem Training, wa? Jan Fiete. Oh, Perez. Den hab ich. Safe Call. Ach komm, bitte. Soll er lasst. Der ist nicht noch gelb jetzt oder so, ne? Mach kein... Mach kein Lachs jetzt hier. Komm. Wurde ich gerade sagen. Das wäre ja ziemlich lächerlich gewesen, wenn der mir jetzt hier noch mehr gelbe reindrückt. Die dumme Sau. Schön. Boah, ab, ab, ab. Warte mal. Ah, ist zu langsam. Schade. Was ist hier los, Junge? Alter, was ist hier los? Alter. Abeskaliert, Mann. Ist das geil. Ab, mit dem Headtrick. Und es ist vielleicht einer der schnellsten Headtricks ever. Ich weiß es nicht. Zwölf Minuten. Zwölf, Junge. Wat ist hier los? Da ist er schon wieder. Ah, da hieß Eckball. Alter. What, what the up, Alter. What the up. Da ist er schon wieder. Da ist er schon wieder. Kampfmaschine. Ich weiß nicht, war das jetzt der schnellste Zweitliga-Headtrick? War das vielleicht sogar der schnellste Headtrick ever? Ne, ich glaube der schnellste Headtrick ever ist immer noch Lewandowski, glaube ich, oder? Weil er hat ja nicht nur einen Headtrick gemacht, er hat ja vier Tore geschossen oder so. Oder fünf? Ich weiß es gar nicht. Schön von Bischof. Hi. Ja gut, anderen einen vorlegen ist nicht. Ab macht nur selbst die Tore. Ne, aber krass. Also, super schnell der Headtrick von Ab. Wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, ob da jemand ist, der schneller schon mal einen hingekriegt hat. Keine Ahnung. Da ist er schon wieder. Ah, Pass ist nicht so geil. Eieieiei, Wolfsburg sag ich schon. Braunschweig ist komplett verunsichert. Ab. Boah, das ist ja schon, das ist jetzt schon Majestätsbeleidigung gewesen gerade. Dem da so einfach der Bad abzunehmen, das geht gar nicht. So, pass mal auf, mein Freund. Kriegst du, was du verdient hast. Der bleibt dran. Bischof. Ab. Hui. Ja gut, da wollte ich jetzt ein bisschen zu viel. Hätte ich passen können. Aber gut, ganz ehrlich, bei einem 3.0 in der 23. Bin ich ganz ehrlich. Puh. Oh, Götze, was ist denn los manchmal mit dir, Junge? Schläfst du oder wat? Schönes Ding, Rankovic. Boah, da kommt er nicht vorbei, der ab. Ist kein Abseits. Oh, da hieß's. Schade, aber es gibt, glaube ich, eine Ecke, ne? Ja. Sehr gut. Ecken, das ist ja meine Stärke tatsächlich. Wir sind so gut bei Ecken. Junge. Ja, wir sind so gut bei Ecken, dass wir tatsächlich noch nicht ein Eckballdor diese Saison geschossen haben. Ist los bei euch. Schön gemacht. Ah, da hieß's. Ah. Ich weiß nicht, wie ist das denn bei euch? Habt ihr bei FIFA 18 Ecktore schon viele geschossen? Ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass bei FIFA 17 tatsächlich die Eckballtore sehr, sehr OP waren. Also die Eckbälle. Und dass man tatsächlich eigentlich fast jeden zweiten, dritten Eckball reingemacht hat. Ah. Boah, kriegt er sein Bein noch hin. Krass. Äh, dass man wirklich bei jedem irgendwie, keine Ahnung, zweiten, dritten Eckball, der war drin. So, ich weiß nicht, bei FIFA 18 krieg ich das irgendwie nicht hin. Ich weiß, dass sie das gefixt haben, das mit den Eckbällen. Dass das ein bisschen genervt wurde, wie man so schön sagt. Aber. Ich meine, dass jetzt so gar kein Eckball mehr reingeht, ist halt auch blöd, ne? Und jetzt unten. Frankowitsch. Der hat Bock. Ah, das ist das Holdhouse schon wieder. Gibt's ja gar nicht. Hi. Wenn man nicht zu den Kopfball hochgeht, kann man den ja auch nicht kriegen, ne? Musst du schon hochspringen, Junge. Henning, so läufst du bei dir. Vorsicht. Harrison, fort. Harrison ist fort. Und Henning, super. Fähr. Ab. Und der... Everybody's Darling. Holdhouse. Bischof. Ab. Ah, da ist es irgendwie momentan so ein bisschen formschwach, habe ich das Gefühl. Ja, schöne Idee von Art, macht keiner mit, leider. Äh, ne, weiß ich nicht. Also der, 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 ne? Da kriegt ihr irgendwie nicht geschissen. Der Boy. Da mal ein bisschen Dampf hinterzukriegen, weiß ich nicht. Das ist... Irgendwie so ein bisschen low. So, pass auf. Niemand. Schöne Ding. Ah, Bischof, was sie tun da? Das ist nicht gut. Nitschigel, das war jetzt nitschigel. Ne, ne. Schön. Einfach mal schön den Ball laufen lassen. Wie gesagt, es steht 3 zu 0. Nach zwölf Minuten, also... Wir sind absolut nicht in der Bringschuld. Das ist sehr schön gespielt. Das ist Rankovic. Und das ist Adaís, der irgendwie wieder eingeschlafen ist, glaube ich. Ist da. Ist da. Und macht ihn nicht rein. Okay. What in God's name is wrong with him? Fair. Schön. Ach, komm. Als ob. Allzeit. And... Was? Braunschweig ist glücklich darüber, was für das Halbzeit ist. Und wir auch. Weil wir können vielleicht ein bisschen durchwechseln. Ja. Einfach mal gucken. Was man vielleicht noch so machen kann. Vielleicht mir den einen oder anderen neuen Spieler bringen. Schauen wir grad mal. Vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Pause gönnen. Bischof können wir zum Beispiel schon mal runterholen. Lustig. Geld ist wohl lustig. F-Safe können wir mal bringen. Ja, von denen kann... Von denen kann keiner Sturm spielen, ne? Das ist... Doch. Owusu kann Sturm spielen. Cool. Weil warte mal. Das wäre Schwachsinn jetzt. Alter. Was ist los mit dem Jungen? Lass die beiden da vorne nochmal ein bisschen drinne. Wir holen dann Owusu ran. Für... Einer der beiden Stürmer da vorne. Ich glaub, verabt wahrscheinlich. Lassen wir es erstmal noch so ein bisschen... Wie et is. Et is wie et is, Freunde. Huh. Komm so bei her, do. Komm so bei Randa. Vorsicht. Hernández. 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 Ah. Low. Ey. Komma. Tritt da auf einen ein. Jeder hat kein Olivar sein, oder? Okay. Rankovic. Alibas. Und ab. Bei dem läuft heute einfach. So sagen, was du willst. F-Safe kommt da nicht hin. Aber das war mal richtig gut. Das war eiskalt die Chancen genutzt. Das war genau das, was ich letzte Folge angesprochen hab. Einfach mal nicht immer 100 Chancen. für ein Tor brauchen. Sondern einfach mal BÄM. Weißt du? Perfekt. Hui. Freunde. Das find ich jetzt nicht so geil. Ne. Schönes Ding. Ah. Ah. Der wäre flach wahrscheinlich besser gewesen. Stark gemacht. Schön. Kein V, sagt der Schiri. Oh, Arp. Natürlich. Wenn er sonst. 4 zu 0. 4 zu 0. Von Arp. Was ist los mit dem Jungen. Entgegen der Torwartrichtung. Das ist perfekt. Doch. Meine Damen und Herren. Der Mann der Stunde. Jan. Jan. Fliete. 4. Tor. In diesem Spiel. Okay. Okay. Haben wir den eigentlich gekauft? Oder haben wir den ausgeliehen? Was ist mit dem Jungen los? What the fuck? Fünftes Toi in diesem Spiel. Ich hol den gleich raus. Der muss bestimmt zur Dopingkontrolle nach dem Spiel. Was haben sie denn gegessen? Mentos. Ganz viel Mentos. Und Cola. Fünf Tore. Von Jan. Fiete Arp. Schön. Ah. Schade. Also. Das ist schon krass. Götze. Oh. Hüsing war da oben. Boah. Alter. Der ging aufs Tor. War aber nicht Arp. Ne? Der Junge. War. Ah. Schade. Ecke. Ach. Komm. Ach. Nee. Der war. 100 pro war das Ecke. Ich weiß wie gesagt gar nicht was ich gerade sagen soll. Also das ist äh. Dass der einfach mal fünf Tore macht. Ist schon krass. Also ich wie gesagt. Ich habe gerade überlegt ob wir den gekauft haben. Oder ob wir den. Ausgeliehen haben. Wenn wir ihn gekauft haben. Alter. Den können wir auch nicht. Vor ordentlich Heu verkaufen. Wenn der da echt jetzt so ein paar Töchen macht. In dieser Saison. Oder hat er gesagt. Hm. Pass mal auf Trainer. Ich mache jetzt schon mal fünf Tore in diesem Spiel. Dass ich dann frei habe für den Rest der Saison. So weißt du. Vorgearbeitet quasi. Kann ja sein. Ganz da unten. Schön. Schön. Und Atais. Langer Ball. Fee Pass. Alter Schwiedel. Fertig. Und Fseff. Alter da war schon wieder Arf. Boah. Okay komm. Wir wechseln mal. Wir holen mal den Man of the Match runter. Und bringen mal Owusu. Da vorne rein. Fünf. Buden. Fünf. Das ganze Stadion steht. Fünf. Fünf. Buden. Krass. Krasser Boy. Boah. Hösing. Der war. Mit Risiko. Aber ging gut. Zum Glück. Niemand. Wer ist da? Niemand. Okay. Oh es ist so billig. Es tut mir leid. Sorry. Vorsicht. Schönes Ding. Da war gar nichts. Nix war da. Nix. Oh. Achtung. Volt raus. Lässt sich da ein bisschen tricksen. Öffentlichkeit. Oh. Ja dann ist. Boah. Okay. Gut. Freude ist jetzt nicht so ausgelassen. Aber. Immerhin. Immerhin Tor. Ne? Kann man mal machen. Boah. Läuft. Läuft. Fünf zu eins. Jetzt nur noch. Möchte ich. Ja. Das heißt nur noch. Was gefährlich ist. Wir haben natürlich jetzt Arten nicht mehr auf dem Feld. Fangen wir jetzt an zu wackeln. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir zu null gespielt hätten. Aber gut. Ganz ehrlich. Komm. Scheiß drauf. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass hier nichts mehr anbrennt. Aber. So sicher kann man sich da natürlich nie sein. Ne? Muss ja mal gucken, was da so passiert. Hennig. Oh, Wuzu. Schön. Sauber. Und jetzt. Meine Damen und Herren. Nochmal. Ah. Deswegen habe ich eigentlich Wuzu da oben in den Sturm getan, dass er vielleicht ein bisschen auflegt hier für Adelis. Ah, der hört nicht so gerne Musik, hat er gesagt. Ja, tut mir leid. Vorsicht jetzt, Hernandez. Okay. Aber abseits. Ne. Kein abseits. Er zählt. Und der Hernandez macht jetzt hier den Arp, wa? Ronell Fernandez. Aber hier, Arp. 4, 7, 12. Das ist die Formel des Lebens. Okay. Und unsere Mannschaft fängt gerade so ein bisschen an, habe ich das Gefühl. Zu schwimmen. Schwimmen. Mit Ü. Nicht so geil. Oh, schönes Päschen von Adelis. Wenn er noch ankommt, er kommt an. Schön. Äh, das ist eigentlich ein Rückpass, Freunde. Ich rufe die Palizal. Pettis. Ja, Vorsicht. Juhu. Oh, Wosu. Schade. Ich versuch mal was. Äh, okay. Hat jetzt so semi-geil geklappt. Wenn man ein taktisches Foul irgendwie probieren, aber selbst das funktioniert nicht. Aber Hernandez ist schon mal ausgeschaltet. Sehr gut. Ein Minuten, drei Minuten Nachspielzeit, eine ist schon rum. Ich denke, das müsste es dann auch gewesen sein. Also, ja, ganz ehrlich, dass da nicht mehr viel passiert war. Ja, eh, klar. Also. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr mit die Rechte, dass da noch was kommen, wa? Boah, da muss er aufpassen. Aber Vorsicht. Schön. Fünf. Zu zwei. Ab ist der Mann des Spiels. Darüber brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Da haben wir ihn. Kriegt er ein Bällchen mitgenommen. Zahlt noch 23,50 für den Ball. Weil DFB hat kein Geld mehr. Schönes Ding. Acht Schüsse. Fünf Tore. Bitte. Was ist los? Das ist doch mal ein angenehmes Match gewesen. Oder? Oder? Ja, oder? Ne, muss ich jetzt sagen. Also, sehr gut. So, ich klatsche mal. Was ist das denn für ein fürchteres Lied? Ich klatsche hier gerade nochmal kurz rein. Und dann würde ich mal behaupten, ladies and gentlemen, hören wir uns im nächsten Spiel. Wieder zum nächsten Match. Wenn die Jan-Fita-Art-Story weitergeht. Ich freue mich. Macht's gut. Bis dahin. Und tschüss.